viele Bretter hergestellt. Ich frag mich wofür. Letzten Endes. Warte mal. Hier ist ja... So. Der Aufbau ist quasi wie in der ersten Staffel. So wie ich das immer gemacht habe. Ah! Nein! So nicht. Genau, dann geht da hoch im Aufstieg. Dann will ich hier gucken, dass ich in der Mitte meine große Plattform mache. Vielleicht reichen die ja noch. Nee, auf gar keinen Fall. Oder? Ach komm, das probieren wir. Ansonsten kann ich immer noch welche nachproduzieren. So ist es ja nicht. Okay. So. Am besten mache ich mal hier schon. Warte mal, wo ist die Mitte? So. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich muss eigentlich da schon bauen. Das ist ziemlich eng bemessen. Warte ich da. Nee, das hat sogar gepasst. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Und jetzt mal wieder mal, Und jetzt mal hier ein paar Spiele, 3, 4, 5. Ach, nee. Es hat schon gestirnt. Ach, verflixt. Das war schon so richtig. Ja, warte mal. Das ist... Andererseits... Irgendwanns anders. Irgendwanns etwas anders. Es wird ein bisschen eng. 2, 3, 4, 5. 6. Nein. Ich muss es so machen. Boah, das wird ja... Jungen. 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 Schwung. Jungen. So, das ist ja direkt da oben drauf. Immerhin kann ich ja so bauen. Ich will ja auch Platz haben für meinen Amboss und den Rennofen. Andererseits, nee, ich brauche eigentlich nur den Rennofen hier. Dann werde ich hier noch ein paar Truhen packen und da den Amboss irgendwo. Äh. Ach, wobei, warte mal. Scheiß drauf. Ja, perfekt. Das wäre schon mal soweit. Und dann werde ich ganz klar das ganze Eisen da schon mal zurechtlagern. Wird jetzt ein bisschen dauern, aber wow. Da haben wir der Krücke... Nee, du kannst vergessen. Da kann ich genauso gut ein paar mal hin und her laufen. Warte mal, ich muss die erstmal nur variieren. Dann muss ich das später nicht machen. Ich möchte das lieber direkt in vornherein. Und schön anordnen gleich, dann passt das. Jetzt brauche ich hier nur noch einen Staplerfahrer. Ach, vor allem hier in den engen Bereichen da. Na, wieso hat es gerade geleckt? Warte mal. Hier kann ich ja... Ich wollte gerade sagen, verarsch mich nicht. Was ist das jetzt schon wieder? Ach, das sind Planken. Ah, das sind die Planken. Von den Viraxe darüber erzählt hatte. Asphaltrampe, Asphaltstraße. Nee, ich glaube, das ist lieber das andere Gebäude. Da habe ich ja nicht das, was ich suche. Also, weg damit. Alles klar, hier kann ich auch zugreifen. Äh, oder hier könnte ich auch noch ein Gebäude machen. So ein etwas kleineres. Wo ich dann hier... Ja, das könnte ich tatsächlich machen. So ein kleines Nebengebäude irgendwie extra dafür. Da habe ich ja die ganzen Lager verteilt. Und dann... Au. Ach, komm jetzt, ey. Hallo, da drauf. Hallo. Neee, so nicht. Mann. Was ist denn das hier? Vielen Dank. Echt? 400 Eisenherz? In dem Lager? Ich hoffe, bis jetzt auch nichts anderes gefunden als Eisen, ne? Kommt vielleicht noch. Ich kann aber schon wieder kotzen, wenn ich hier diese Kaktussetzlinge sehe. Ich hätte praktisch 900 Eisenerz zum Einschmelzen. Aber andererseits, ich kann noch ein bisschen weiter suchen. Hallo? Und wir haben noch von den normalen Steinen das... Äh, wieso... Wieso lagert er das so komisch? Sag mal. Was sieht das so komisch aus? Wäre da offensichtlich nicht richtig. Oh, ich könnte auch laufen bei der Anzahl der Viecher wieder, ey. Boah, Mann. La Familia hier. Ja. 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 Alles klar. 900. Ja. Aber wo baue ich denn jetzt verdammt nochmal den Rennofen? Beziehungsweise erst Brennofen? Ach, beim Steinmetztisch wahrscheinlich hier. War das doch. Ja genau, Backofen, Brennofen. 18, ja. Aber den normalen Stein habe ich genug, wollte ich gerade sagen. Nicht mehr genug, sage ich. Ja, wobei ich könnte doch mehr holen. Äh, was ist eigentlich da drüben? Ach ja, komm. Trumpledor. Der amerikanische Präsident heißt Trumpledor, oder was? Ach du Scheiße, ich sehe gerade hier auf der Map. Boah, was? Jetzt sag mir bitte nicht, der hat das unterirdisch zugebaut. Das kann ja nicht antun. Ja, ist das denn die Möglichkeit, ey? Ach, kein Scheiß, Schmirak so. Ja, das ganze Holz, was soll ich denn damit? Äh, nein. Warte mal. Ich muss ja erst. Eigentlich was ausheben, oder? Ja. Ja. Nee, warte mal, wo baue ich das Gebäude hin? Nee, ich warte nicht, Quatsch. Aber wo will ich den Wagenmachertisch bauen? Und ich weiß schon wieder nicht, wo. Ja. Der Wagenmachertisch braucht... Oh, warte mal. Ach, was? Das ist doch Quatsch, was ich da jetzt gerade mache. Das ist doch totaler Blödsinn. Ich kann's doch hier einfach stehen lassen und... Oben drauf bauen. Aber wie komme ich denn da hoch? Okay. 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 Ich brauche aber noch ein Gebäude. So, aber du kommst erst mal vorerst mit mir. Oh Mann, Leute. Das macht mich nicht wahnsinnig hier. Leute, Leute.